Liebe Zuseerinnen, liebe Zuseer, das hier ist das Kircherl von Annaberg und da sind wir gerade heraufgefahren und ein traumhafter Ausblick von hier oben. Hier unten ist diese, kann man fast sagen, Passstraße mit etlichen Kurven und Serpentinen, die schlängelt sich da unten durch. Sehr viele Motorradfahrer und einfach traumhaft schön. Wunderschön. Na bitte, die nächsten beiden Pyramiden. Na, nicht unbedingt. Nicht jeder Berg ist eine Pyramide, aber einige schauen doch sehr bemerkenswert aus. Ja, das soll da die Kirche oben sein, wo wir hier sind. Na ja, mit Pferd und Wagen war das damals wahrscheinlich eine richtige Herausforderung. Ende. Ja. 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 Wow.